Make sure you're looking pretty good for the camera Got your nails manicured in your hair, cut a cute Oh guck mal den Typen da oben, den Kickstar Mit Kuchen? Meine ich ja Ja erstmal die Freecam durch die Bäume, danke Äh Was sag ich jetzt hier, wer lädt denn hier noch so lange? Spaß! Was hat das? Was ist denn? Oh, wo muss man lang? Ist das Links- und Rechtsrampen? Öh Volle Power? Oh Hat nicht so funktioniert Sollte hast du Milchschnitten hier an dem Rand Milchschnitten? Oh oh Nein! Boah ey voll auf die Kante ey, das war ganz schick Roll doch da rein, du Stück Scheiße, Alter Nein, dir geht dein Ball nicht, hallo? Lol Ich hätte Rechtsland gehen müssen Rechts? Ich bin schon bei Stroke 3 ey, oh man Hier Ja, ich bin ja ganz hin Machst du nix, Ahne Ach du Scheiße ey, ich seh gleich noch YOLO YOLO Oh nö Was ist das denn? Bleib liegen, pscht, bleib liegen Wo ist der Ahnen? Wo ist der Ahnen? Ahnen bleibt seiner Fiat treu Hier, Schiffel, läufst du Hä? Oh ja, Ahnen ist noch durchgesniegelt ey Hä? Wo bin ich denn? Sollte man nicht rechts rum, wenn das Loch erscheint? Oh! Ach da muss ich hin Ach da muss ich hin Wo sind wir denn jetzt Nils? Oh neee, so viel Pech Ja komm, ja Ach da ist noch so ein Loch Ah, verstehe Plup Da ist er eingelocht Die Mucke ist mit Abstand die geilste Oh! Du, 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 du Oh, hab ich aber fast rübergerollert, Alter Was ist denn das jetzt hier? Hui Warte mal, da gibt es noch einen anderen Weg Wie kommt man denn den da Hättest du doller schlagen müssen Noch doller Ja, noch doller Oder weniger doll Ne, weniger muss man doch Geht beides Ganz, ganz langsam Oder relativ doll Ich schlag einfach drei durch jetzt Wende Das ist doch geil Warte mal, da sind Türen Soll ich links oder rechts durch? Fenster oder einfach durch die Mitte? Welches Fenster soll ich denn nehmen? Kann man da irgendwie vorbeigucken? Das rechte, äh, linke Fenster Ich hab's nicht geschafft durchs linke Fenster Oh! Ist das das Hole in One? Ja, das ist das Hole in One! Wecker Hatte Ahne glaub ich aber auch, oder? Warum ich nicht, Nils? Guck dir das an! Ja, schade, Arne Bist du links oder rechts durch welches Fenster? Ich bin gerade durch Wow Ah, Arne ist von mir grün geworden Ah, der steht am Start Ja, genau so wie Arne hab ich auch geschlagen Wow Das ist ein Witz, Alter Ich bin, ich bin so knapp an die Kante und dann rausgeflogen Los da rein Das ist ein Witz, Alter Ich bin so knapp an die Kante und dann rausgeflogen Ich bin danke für's! Ich bin so knapp an die Kante und dann rausgeflogen Was ist denn jetzt passiert? Hä? Der Wackelpudding haut mich mal zurück! Ich backe! Ich bin grad durch ne Wand gebackt Durch was für ein Loch bin ich hier gefallen? Hallo Nein, nein Stopp! Boing, 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 boing Mann, ich komm hier nicht durch Hallo, darf ich auch mal spawnen? Ich geh jetzt da durch den Pudding Oh! Ruderschlag Ok, geh ich nochmal da lang Ficken Was machst du denn? Junge, das ist ja absolute Ekelbahn Pudding, Pudding Hä? Ich hab überhaupt nichts gemacht! Schade, Alex Alter, ey Nein 12 oder 14, schafft er den Schlag? Ey Oh Mann Nein Ich hab so gut angefangen Durch welches Loch muss man? Ich schätz mal ganz hinten Ich würd sogar hinten drüber, oder nicht? Oh nee, so knapp! Ja, ich fall in die richtige Richtung Hä? Ja, roll! Ja! Easy! Was? Schade, Arne Oh, da hab ich wieder ein paar... 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 Oh! Oh, der Donut lächelt mich an, Alter! Ja! In das Glorio, zack! Oh, das war nicht so gut! Na, ich komm hinterher! Na, ich komm hinterher! Nein! Nein! Oder Alex auch! Wieso hör ich, warte ich nicht erst? Nein! Nein! Oh, nee! Warte mal, da ist auch ne Rampe Wo kommt man denn da raus? Wollt ihr mich flaxen? Vor allem, da ist auch ein Wackelpudding Ah, ich drück noch Und da ist so ein Loli Okay, wie viel Power brauch ich? So viel Perfekt, Alter Och, da war ein bisschen viel Power, ne? Nee, das weißt du aber auch, ne? Nö! Ahne, direkt nochmal Oh, da haben wir... Oh! Ja, Neil, ich muss ein paar Punkte sammeln Was, Double Boogie? War ja überschlecht Scheiße Bin wieder mit am Start hier Ja? Links oder rechts? Was macht das hier, ey? Oh! Ja! Ja, schießt du mich komplett außerhalb der Map, ey! Hä? Oh, das Ding hat mich komplett weggebüllert Wo muss ich denn... Ach, da... Oh, leil, was? Wieso kann man das denn schaffen? Habe ich jetzt nicht verstanden Hä? Hä, ich bin zu schlecht? Ja... Geh noch ein bisschen mehr Power Immer noch zu wenig Oh ja! Oh ja! Oh ja! Komm! Jawoll! Ich sammle schon wieder Strokes, Alter, ist der Stroke Komm ran! Ende Fell Gehe ich da lang oder da lang? Ich gehe nach oben Rechts YOLO Ne Und tschüss Die sind Teuchte. Nee. Direkt noch mal, Freunde. Ey, ich bin verarscht! Was ist das denn? Direkt noch mal! Einfach mal weniger. Ja, ich hab mal Zeit. 48 Sekunden ist alles drin. Ja, Zeit schon. Oh, er hat das gemacht. Komm direkt ins Loch hier, wenigstens. Komm. Oh! Nein, wie er so weit hinten, ey! Oh! Wir haben so eine kühle Strecke hier, ey. Da, zum Pudding! Hui! Oh! Oh, das war knapp. Oh! Warte mal. Das ist viel schlauer, wenn man da drauf liegen bleibt und dann da runterrollt. Ja. Kann man ja nicht wissen. Okay, aber dann weiß man das für die nächsten schonmal, ja. Das Loch. Stau. Wo willst du denn? Loch. Scheiße. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Komm, geh da rein, oh Mann! Komm, geh da rein, oh Mann! Oh Mann! Loll! Hä? Alter, ey, holy moll! Einfach quer über die Map! Noch nie in meinem Leben so... Mö, ich steck da mal drunter da! Scheiß ey, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich's gemacht hab. Nein, ich bin so schlecht! Komm, 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 komm! Oh, das ist so unlock! Jetzt! Was? Was? Hä? Boah, da wird gesammelt. Das ist so Pech, dass ich jedes Mal auf die Bande komme. Ich komm immer auf diesen Scheißhügel aufm Kackwichse. Komm hier, Ficken. Ja, was? Alter, ich Junge! Mensch, das ist egal, ich versuch das jetzt so lange, bis es geht, äh... Ich lande immer in dieser Ritze. Jedes Mal. In dieser Ekelhafte... Alter... Wieso lande ich da auf der Bande? Wie kann Arne das... Ich bin die ganze Zeit in der Ritze da! Wieder auf den Scheißrand! Wie, wie... Das geht gar nicht! Man kann da gar nicht landen! Ich knall auch... Oh, das wollte ich nicht. Jetzt! Ich knall einfach die ganze Zeit! Warte, schon wieder der Rand! Das ist impossible! Ja, auch auf Stokes an der Mitte... Mutter ist auch auf Stokes an. Ich knall halt auch jedes Mal auf diesen Rand. Das ist... Arne muss so krank reingelackt haben. Ja, ich auch! Oh, meine... Woll! Ohohoho... Halt von 15... Halt deine Maulahme! Oh, das geht schon weiter! Oh, das geht schon weiter! Ich war grad am Ende! Oh, ne! Oh, ich glaub ich bin im falschen Weg rum! Oh! Ist das wieder verarsche, jeder! Hä? Hä? Ja... Deine Mutti, Alter! Stinkt hart nach... Kohlenstoff! Kohlenstoff! Der riecht nicht! Ja, war ein Kompliment da, Arne! Ey, ne! Das Spiel ist einfach so zum Kotzen, Alter! Ja, ich... ne... Hab ich noch unter 2 Stunden Spielzeit? Ich kann's nach oben tauschen! Ja, machen wir noch! Einfach rumtauschen! Ja, was ist denn das? Ja, Vollgas aus! Vollgas war ne blöde Idee! Ne! Wo seid'n ihr lang? Klar, bestimmt einmal schlafen! Oh! Ich weiß ungefähr, wie viel man braucht! Oh! Nein! Ich bin so scheiße in diesem Spiel! Komm, roll! Ja! Ja! Nein! Ich bin so scheiße! Ja! Ja! Nein! Ich bin so scheiße! Ich bin so scheiße! Ja! Ja! Die Röhre ist gut. Was?! Hast du die genommen, die wir jetzt zum Spawn zurückgehen da, Alex? Nee, aber ich... Fall da immer wieder runter, was ist... Ich hab was gesehen. Guck's dir an. Ich bin einfach Magic Man. Boah, abgekürzt. Wenn man diese scheiß Strecken die abkürzen kann, äh... Rechert. Da rausgefahren. Wir haben solche Noobs wie Alex. Nur durch... Hallo, ich hab gefehlt und deswegen hab ich's rausgefunden. Ach, traurig genug. Ich nehm das Gegenteilige, was ihr nehmt. Ich bin aus der Map geflogen. Alles klar, ich nehm rechts. Ich bin aus der Map geflogen. Ich nicht. Weißt du, Arne schafft es. Alter, ne. Hallo, Nils. Was ist das hier? Ich fall einfach in gar kein Loch. Oh, ich glaub, ich hab das Richtige. Äh? Ja, oh, 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 oh. Erstmal wieder beschweren, ey. Ich hab echt das Richtige. Och, komm hier wieder. Ein... Nee, nicht zu Arne, aber zu Nils. Okay, mein Ziel ist nicht letzter. Wo muss ich lang? Hä, was ist das denn? Will er entplanten. Äh. Oh, das ist Wasser. Hä? Ich häng fest. Mein Ding bewegt sich nicht mehr. Komm. 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 Nein. Hallo. Ist doch da. Hä? Oh mein Gott. Mann, ich kann mich nicht umgucken. Was ist das hier für eine Rotze? Ich seh nicht, wo ich hin muss. Muss ich in die oder in die Richtung? In die Loch. Wo ist denn das Loch? Wo seid ihr überhaupt? Ich bin hier irgendwo. Keine Ahnung. Wo müssen wir hin? Ich hab keine Ahnung. Hä? Hä? Hey, das ist echt ein Kerl. Wir sind falsch, ne? Ja. Ich hab meinen Schlag komplett versetzt. Wo müssen wir hin? Da wo Arne ist. Warte mal, hier ist ne, hier ist ne, hier ist ne Rampe. Nein, das war zu viel. Oh. Oh fuck. Nö. Wo seid ihr da? Hallo? Hä? Das geht nicht? Noll, jetzt bin ich hier. Scheiße. Scheiße, Alter. Was mach ich hier für ne Mist? Ey, Moment. Ich war komplett am Arsch der Welt und hab weniger Strokes als ihr beide? Ich war am gleichen Arsch der Welt. Ja stimmt, aber Arne. Und ich wurde, obwohl ich auf der Bahn war, wieder zurückgesetzt. Ich hab das die ganze Zeit verkackt da links. Ja, wozu der fuck, ey? Ich bin, wir sind nach Timbuktu geflogen. Fuck, das war noch zu viel, ey. Ja, ab geht's. Mach ich scheiß drauf. Okay, muss ich so rummachen. Doch, nö. Was? Das ist nicht machbar, ey. Mann, ich mach immer zu wenig oder zu viel. Ich hab da noch kein Gefühl für, ey. Ey, wieder am meisten, ey. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin so schlecht in diesem Spiel, ey. Ich raff hier einfach gar nichts. Volle Bulle. Und das? Locker, es geht noch nicht so. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Mann, da wollte ich spekulieren. Ich bin in irgendeiner Röhre gelandet. Stop, ey. Die ist so lecker. Ich bin auch... Ich war in der Röhre und Fell raus. Einfach lächerlich. Alter. Alter, wie weit die die Schrecke ist? Ja, der steht da da. Ich war schon wieder in der Röhre und Fell raus. Lack, 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 lack. Na doch, alles cool. Oh nein, bitte nicht. Ja, ich bin da drüber. Nein, nein, das wär so assi. Dieses Spiel ist so behindert. Arne, ich komme. Ich kotze ab. Dieses Spiel stinkt so nach Gülle Scheiße. Was ist das denn? Die Kugel haben mich runtergeschmissen. Lol. Was für ne Kugel? Lol. Wie soll ich denn da durchkommen? Nein, bleib liegen. Ja. Spekulatios. Nein. Ich roll durch. Ich bin drauf. Ey, das ist nur... Oh, die dumme Kugel. Das ist nur Lack, ey. Ja. Ja. Ich bin durch. Nein, die räumt mich ab. Das ist nur Lack-Scheiße, ey. Bamm, Junge. Jetzt geht's ab, Alter. Hä? Ich bin doch drin. Nee, nee. Nicht. Der haut mich noch weg. Nein. Nee. Ey. Ey, das ist die größte... Wieso? Hab ich nicht Lack, Alter? Ich bin der Letzte. Ich brauch Lack. Jetzt. Easy. Nee, nee. Stopp, 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 stopp. Nein. Oh, ja. Ich lebe doch. Nein. Ich bin draußen. Ja, ich hab doch 30 Sekunden, ey. Fuck. Okay, jetzt nicht volle Power. Mach ich so. Fuh, 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 fuh. Oh. Ja, das war schon genehm. Fein, ja. Ja, fein. Ey, was? Ich leg doch da auf der Kante, ey. Nein. Nein. Es ist sofort zurückgegeben, Alter. Dezalliert und zurückgegeben. Ich möchte meine 4 Euro wieder haben. Ja, hier. Steck dir deine Rungenschaft in den Arsch, ey. Play a full game on Candyland, ey. Candyland, ey. Was ist das für eine Rotze? Was war denn da bei Turn 11 los, Jungs? Ja, das war diese Scheiße, wo du einfach nur eklig reingelackt hast. Haha. Let's go. Und hier gehts hin. Seo. Untertitelung des ZDF, 2020